Jo Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen zu einer Runde Dropple in Terrace Town Und ich bin leider alleine Was? Bin ich nicht und zwar ist der Blacky dabei, der Nico und der Kalle Du weißt, dass du mich nicht Blacky nennen sollst Wir nennen dich alle Blacky Wir nennen dich Lappen Oder was? Alter Muschi Helferweiler Die Aufnahmen ja, die brichst du jetzt ab und fängst du nochmal neu an Dann piepst ich das raus, okay, versprochen Muschi Muschi oder Blacky? Okay Muschi Dann ist halt jetzt hier Pieps mit dabei und... Nico Pieps, Pieps, ich hab Pieps gesehen Und ich bin Inno, ähm, ich muss kurz was machen, weil ich hab irgendwie Leck Das ist keine Wachplik, ich bin bei Skepta Also töten mich aber bitte kotzt nicht Lass uns alle schön Covid töten Oh, ich hab ja schon den Shotgun, wie geil Shotgun auf der Map ist doch von Ulitz Lol, da ist ne Waffe runtergefahren Überhaupt nicht Wenn du dich erinnerst war mein erster Kill letzte Runde in Shotgun Kalle, was machst du da? Was? Warum leckten das? Gut, Kalle ist für mich proven, dass er nicht äh... Ähm... Gut, danke Nico, bin ich mir trotzdem noch nicht sicher, weil ich weiß nicht Wer hat eben geschossen? Ich weiß nicht, wer hat geschossen Kalle hast du mich geschossen Ich weiß nicht, wer hat geschossen Ich weiß nicht, wer hat geschossen Ich weiß nicht, wer hat geschossen Okay, jetzt läuft's flüssiger Ja gut, Grafik ist halt jetzt nicht ganz hoch, aber das dürfte man eh nicht sehen Ich weiß nicht, wer hat geschossen Tja, zweit Video am Freitag zum ersten Mal TTT ist denk ich mal was Neues Ein Tisch Ein Tisch Ich bin TTT Scheiße Verpisst dich doch du, Downy, Alter Nimm dein Vier Wer ist da? Ich bin da Und Kalle ist auch da Ich bin auch da Ich bin auch da Okay Wo seid ihr beide Trader? Ja genau, wir sind alle drei Trader, alle zusammen Ich bin aber auch Trader Wow, hat ne Schrotze Hat ne Schrotze Wow, du hast auch ne Schrotze Ah! Ich fühl mich ja absichern Ich fühl mich nicht sicher, wenn ihr schrotzen habt Ihr könntet beide Trader sein Warte mal, ich muss mal kurz nochmal in meine Options gucken, weil irgendwie läuft's immer noch nicht Wenn du mich jetzt abknallst, Kalle, war das mega assi Warum sollte ich Dann höre ich das und knall ihn ab Bin schon gar nicht mehr bei dir Ne, du hast es nicht gespeichert, what? Warte, ähm, Kubi, ich leg nen Tisch um dich rum Warte, ne, ich leg ähm Ache bleiben muss ich Okay Verserbendöschen um dich rum Äh Kommt Tisch Jao Jetzt geht irgendwie grad gar nix mehr Wow, alter, Kalle, ich hab mich Guck mal, ich hab Kubi grad Ich hatte nen Pickscreen Alter, wie asozial Oh, Nico, du Affe, ich hab doch gesagt, dass wenn ich sterbe, dass es Kalle ist Hast du was gesagt? Hast du was gesagt? Natürlich hab ich das gesagt Aber ich brauch nur auf maximal 60 FPS Das ist sau Ficky Du brauchst ne 30 FPS Kalle, nice one, ne? Nein, eben nicht, weil es länger läuft So, du Glück hattest nicht nen Magneto Stick ausgerust, also dann hätt ich weg jetzt Wohlsteht, das leckt erst ab 24, du brauchst nur 30 Ich mach alles dafür Echt, es ruckelt doch, ich sehs doch, Mensch Dann machst du was falsch Wie immer Nein Ich schalte mal meinen Browser aus, vielleicht läufts dann flüssiger Ja, ja, mach ich auch Ich schalte mein Hirn aus, dann läufts dann flüssiger Ach shit, wo bin ich? Hier ist nicht geil Ich hab ne Schrotze, yay Alter, ich mach mal Minecraft hier, Mod Pack zu Das leckt wenig Das hab ich auch noch offen So, okay, jetzt kann ich auch noch gehen, Leute Wer schießt? Ich hab, es ist noch Preparing Das ist noch nicht mal losgegangen Ach so Aber er klaut es, Nico Ja, Mann So geil, hier die ganzen Tische und so runter zu schocken Wo, 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 geh weg hier Wenn ich sterbe, ist Nico Traitor Ja, wenn ich sterbe, ist Kubi Traitor Okay, jetzt läuft flüssig Jetzt kann ich wahrscheinlich auch wieder die Grafik hochstellen Also wartet mal bitte kurz Das ist irgendwie sinnlos Wenn ich sterbe, ist niemand Traitor Tut mir leid, dass ich grad in der Aufnahme so rumjustieren muss Aber ich hab noch nie Dingens aufgenommen Ttt Wer interessiert das jetzt richtig Trouble in Tourtown Ja, dich nicht, das merk ich Das ist mir aber auch Wayne Bist du out of the map? Er spielt full out of the map by Wayne Das heißt A-O-M Was ist mit dem D? Skepta ist bei mir im Gebäude Wenn ich wieder draufgehe, ist es wieder er Mein Tisch hindert mich gerade Ich hab geschossen Mein Tisch hat mich daran gehindert Dann wär wirklich wieder ich Hä? Komisch, der Tisch hat sich nicht bewegt gehabt Also ich hatte ja Letzte Runde hatte ich Kubi Mit einem Tisch verdingst Der Tisch lag genauso da Verdingst Alter, was machst du? Glaub ich mit hoch? Ja, wenn du unbedingt willst Knallt mich bitte nicht ab, Leute Ich bin grad noch am... Ich geh mal in den Haus rein Ich bräuchte mal eine Sniper, ne? Ja Gibt's aber glaube ich nur eine Ich muss glaube ich in einem anderen Gebäude gucken Wenn du... Muss glaube ich in einem anderen Gebäude gucken Wenn du... Muss glaube ich in einem anderen Gebäude gucken Wenn du Sniper willst Ja? Gut, okay, dann... Wow! Ihr seid ja doch... Alter, wenn ihr runterfallt Ja, ich hab schon überlegt Ob ich hier nicht drumrum... Geil! Irgendwas explodieren Ich stand beim C4, Leute Ich vermute mal nicht Achso, beim C4? Ja, tut mir leid, dass ich das jetzt gesagt habe Aber ich war im Options Und stand einfach beim C4 Und hab das nicht gerafft Dann ist es Blacky schon mal nicht Dann ist es Nico Dann ist es Nico Dann wissen wir ja Bescheid Bist du gestorben? Vielleicht Ja, wär... Irgendwie... Das ist jetzt dumm, ist zu mir leid, oder? Ja, wenn du es schon gesagt hast Dann... Entweder bist du gestorben oder nicht Also, bist du gestorben? Ah! Da liegt eine C4! Hä? Lauf! 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 Das ist Nico Der Schockgun in der Antwort Scheiße ist Shit! Nice Alter... Aber jetzt rogerts irgendwie bei mir Schon wieder... Aber du Lappenlist, Alter Ich glaube nicht, dass du Fresse, Alter Ich glaube nicht, dass die C4 in dem Stock weg Gereicht hätte, um ehrlich zu sein Die reicht so weit Bis oben hätte ich euch gekillt Aber Kubi, Alter Du... Scheiße, ey, ernsthaft Ja, wenigstens hab ich einen Kill gemacht Ja, gut... Müll So, jetzt wissen wir es also Immer wenn eine Bombe gelegt wird Das ist Nico Aber warum liegt hier die Bombe? Ernsthaft? Ich verstehe nicht, wieso... Alter Meine... meine... meine Leiche, ey Pass da mal auf Kann mal einer sagen, wenn es weitergeht? Ich bin Trader 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 Alles was nicht immer ist, Viktor Ich kenne das jemand Ich kenne das jemand Warum klapp ich nur meine Hände? Ja, weil ich das dann als Sound einfüge einfach Weil du kacke bist Alter, wieso... nimmt das grad so lange die scheiß Änderung an der... an der Option hier Das ist kein geiler Grund Auf jeden Fall sinnvoll Ich hab dich noch nicht einmal gesehen Ja, würde ich auch behaupten WTF Hi, Blacky Hi Nico Äh, lol Ich bin gerade bei Nico Ich bin gerade durchgepackt Da liegt übrigens TNT 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 C4 C4 C4, genau Ey, wo? Ne, da liegt kein C4 Ich bin definitiv Uno, weil ich hab die ganze Zeit an meinen Optionen gemacht Jetzt ernsthaft, wo liegt das? Nirgendwo, da liegt kein TNT Äh, C4 Wo liegt das C4, Nico? Da liegt kein C4 Wo liegt das, sonst kriegst du nen Header Da liegt C... Da liegt TNT, kein C4 Ich glaube es ist Kubi Ja, glaub ich aber auch Ja, weil ich die ganze Zeit was an meinen Options gemacht hab, ey Kubi ist hinter mir Lass mal mit dem Tisch hier runter surfen vielleicht Schub mich mal an Oh, anschubsen? Ok Kubi ist das Wuhuuu Geht irgendwie nicht besonders gut Ich bin zu fett, kauf ich Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal Warte ich halt das, Alter, das sieht so aus, ob es auf dem Ding sitzen würde Wie geht der Magnetestick? Schub nicht einmal aus dem oberen Stock einfach mit dem Ding Wie geht der Magnetestick? Der funktioniert ja im Moment Du klick auf den Gegenstand einmal Aber was geht hier eigentlich für Party? Mach ich, funktioniert aber nicht Wow, Skepta Hä? Hat geschossen Ich mach's nicht Warte mal Doch Nico, ist es er ziel bloß so dumm Ah, wer ist es denn jetzt? Shit, das ist Kalle. Ah, ich hab den auf Nieder verpasst. Warum hast du auf mich geschlossen, Nico? Warum? Weil ich Bock hatte, ich brauchte wenig Minuspunkte. Du bist so ein Idiot! Das ist jetzt schon das zweite Mal wieder. Ich brauch ein paar Minuspunkte, damit ich hier Zweck mal aufholen hab. Ah, immer derselbe Scheiß. Ist doch geil. Ich glaub, ich fang jetzt echt mal wieder mit meiner Routine an, weil in den Runden ist es echt gut gelaufen. Meinst du Hallo sagen? Ja, auf jeden Fall, du. Anders geht hier ja mal gar nichts. Hä, was bringt das Hallo sagen, ey? Mal ganz ehrlich. Das führt die Konversation für mich in eine Richtung, in der ich erkennen kann, wer der Traitor ist. Weil du das noch nicht gecheckt hast. Zerschüsse, zerschüsse. Ich glaub, Nico ist der Traitor, der schießt, der schießt. Ja, ich glaub auch. Nächste Leiche, die ich find, die hebe ich auch wieder damit. Boah, jetzt hab ich hier grad ein bisschen mir in den Kopf gestoßen. Boah, tut voll weh, ey. So, runter damit hier. Kann ich mal rum. Auch runter. Ich werd nur ne Schrotze, ne? Das ist ein bisschen blöd als Traitor. Blöd. Kalle hat immer die Schrotze. Ernsthaft. Wie ich immer meine Waffe wegwerfe. Kalle hat jedes Mal die Schrotze. Weil ja übelst viele auf der Map sind. Uh, Granaten. Ich hör jemand laufen in der Nähe bei mir. Ich hab ne Bombe gehört. Ne, ich hab ein System geworfen. Ah, das kommen wir. Ja, dann bin ich wohl bei Blacky in der Nähe. Und bei Kalle. Seid ihr auf dem Haus drauf? Ne, Kalle ist ganz weit weg von mir. Ich bin gar nicht da. Ach, hier unten ist Kalle. Warte, ich komm mal zu dir. Ach, du hast gar keine Scheibe, okay. Ich hör ne Sniper. Ja, ich wollte Scheibe kaputt machen, die nicht existiert hat. Was? Blacky, ich bin womöglich gleich hinter dir. Ich komm mit ner Crowbar zu dir, damit du keinen nachschöpfst. Ja, ich geh doch. Okay. Ja, vielleicht find ich dich auch gar nicht, also. Ah, okay. Also wenn ich sterbe, ist es Blacky und Sniper. Genau, andersrum. Wollen wir versuchen, nen Tisch runterzuwerfen? Hm, was? Ja, kannst du versuchen. Ich geh hier den Tisch fest, Alter. Ja, wir haben so Farbdosen. Alles, alles Bullshit. Aber du hast die Sniper. Schmeiß nicht den Tisch mit der Sniper runter. Ne, die hab ich nicht. Oder auch nicht den mit der Muni. Ja, aber hier liegt noch eine. Lass mal, lass mal hier liegen, okay? Lass hier liegen. Die brauchen wir vielleicht noch. Ja, den Tisch, den Tisch schon, aber die Sniper... Äh, unkenntlich. Ach, warte. Kubi, lass uns mal hier vorbeikardieren. Kriegen wir den Tisch nicht rüber? Lass mal versuchen, den Tisch rüber zu kriegen. Kubi, 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 Kubi. Das ist Kubi? Oh, oh. Das sagt einiges aus. Fuck, Alter. Ich balle ihn mit der Schrotze vollen Kopf, ne? Stirb nicht. Der... Ah, ist ja natürlich ein bisschen kacke jetzt. Ja, du bist kacke. Gut, theoretisch gibt's nur eine Position aus, von der er uns gut erwischen kann. Und ganz genau ist sie. Genau die ist es. Ja, ist nur kacke jetzt ohne Sniper von hier aus, Alter. Ja, ich hab dich hart erwischt. Ich hab ihn auch erwischt, aber ich hab ihn eigentlich gehadert, was mich ein bisschen ärgert, weißt du? Wo ist jetzt Schreib? Ach. Dankeschön. Oh, mein Herz ist bleeding. Die Stelle, wo er das erste Mal war, da zähl ich drauf und die Stelle, wo das zweite Mal war, da zählst du drauf, okay? Okay. Ich mach den No-Scope weg. Den Wichser, shit, wir haben hier nix. Du mein Herz. Ja, ich sehn. Und vergiss nicht immer schön links und rechts zu gehen. Und er ist unten. Wie der oben chillt. Er ist unten. Ist unten. Ist unten. Okay. Dann bewachst du den einen Ausgang und ich den anderen. Ich den linken. Blacky, Blacky. Los, Mann. Du musst den Ausgang bewachen. Ja, mach ich. Mach ich. Er läuft, der ist hinter diesem Ding. Warte. Okay. Shit. Ja, ich ziel hin. Hast du ne Sekunde länger gewartet, ich hätte dich gekriegt, aber so schön. Naja, jetzt hab ich dich sowieso. Schade, schade, ich wollte grad unten hinlaufen. Ja, hatte ich jetzt, ne, konnte ich überhaupt nix machen. Ja, da hat leider... Gegen zwei Snipern keine Chance. Aber ich hab' gesagt, wir brauchen die Sniper noch, Nico. Ich hab's gesagt. Ja, ich hatte ja auch eine noch. Stimmt's eigentlich? Ja, aber ich hab' ihn gekillt. Ich hab' ihn, glaub' ich, viermal getroffen. Ja, ich hab' ihn nur mit einem Ding weggemacht, weißt du, hätt' ich sofort zu euch kommen können. Ey, Kubi, der erste Hit, den du abgekriegt hast, wie viel hat der dir gezogen? Im Gegensatz zu euch merk' ich immer, wenn einer tot ist. Ja, das war meiner. Also, Kubi, das hätt' dir nicht geholfen. Doch, ja, das... Wie gesagt, ich merk' immer, wenn einer tot ist. Ich merk' das sehr schnell. Nene, ich bin wieder Trader. Oh, hier sind alle, Alter, hier sind alle. Okay, Trader. Oh, guck mal hier, Schubi, was runter! Du auch, Kubi? Ja. Ich will nicht, dieses scheiß M16! Ich hätt' auch echt gern mal ne Sniper, ich ruf' mir die grad' nur Schrotz was eigentlich... Hallo! Ich hab' das kann Bob-U-Later nach mir zu werfen. Das kann Bob-U-Later! Das ist mir die Kack-Waffe. Die heißen so. Was ist daran so lustig? Ja, stimmt. Aber das hört sich voll scheiße an. Das Bob, das passt ja einfach nicht. Das mir so egal. Du bist so ein, Böb. Wuuu, nice! Ich hab' gleich noch im Gap, wenn ich tot bin, das kann ein Traitor. Gehen wir genauso. Wenn ich tot bin, weiß ich wie schwer es ist. Zumindest fürs Erste. Oder dann bin ich's. Ja. Ah ne, dann habt ihr ja gewonnen. Disco-Bob-U-Later. Alter, fick dich! So, mal schauen, wer verdächtig ist. Hi Blacky. Nico ist da unten, hi. Nico kommt zu mir. Wenn ich sterbe, ist es eventuell Nico. Wow! Alter, du hast Disco da runter geworfen. Eventuell, weil ich nicht weiß, ob nicht vielleicht auch noch CubeSide hinter mir ist. Und vielleicht im selben Gebäude schon weiter oben ist. Achtung, ich schieße. Hallo Blacky. Ja, CubeSide ist hinter mir. Leckfett. Hab ich's doch gewusst, man. Ich will auch ne Striper. Ja, hier gibt's halt nur eine. Muss die zweite woanders einsammeln. Hi. Hi, hast du mal gesagt? Ich bin gleich vor meinem Fadenkreuz rum. Ich hasse Tische. Hä, ach das ist ne Schrotze. Jemand feuert. Ja, warum feuert ihr? Weil ich Tische hasse halt. Ich will nicht bei euch sein. Lass mich in Frieden. Okay, ich glaub Blacky ist es. Ja, dann geh ich auch. Ne, dann bleib ich hier. Kubi gehst du weg, dann bleib ich hier. Ne. Ja gut, dann geh ich auch. So, guckt ihr auch schön, dass keiner die Bombe legt beim... Wiss ihr was? Ich kontrollier einfach mal das Treppenhaus eben, ne? Oder ihr kontrolliert das Treppenhaus, ist auch in Ordnung. Oder du legst einfach ne Bombe. Ja, ne, dann kontrollier. Dann kontrollier du jetzt das Treppenhaus, los. Geh ich auf mich. Auch ein Tipps auf mich. Kubi, wenn du willst, hier ist ein Sniper. Kubi. Kubi? Keine Ahnung, der steht da umeinander. Alter, da ist Kalle. Da ist Kalle. Blacky ist grad schon wieder verdächtig. Da ist ein Sniper, wenn du willst. Ich will bloß endlich wissen, ob du jetzt das Treppenhaus nach Bomben absuchst oder nicht. Nein, danke. Ja, Kubi, wenn du möchtest... Oh man, jetzt sind wir hier zur Viertel, lass mich in Ruhe. Da ist ein, da ist ein Dings. Wie heißt das nochmal? Bei mir ruckelt's grad schon wieder, ey. Ich flippe aus. Es liegt bestimmt keine Bombe da, wenn wir alle vier hier sind. Das wäre ja blöd vom Traitor, oder? Das wäre überhaupt nicht blöd. Wenn wir alle sterben, dann hat er trotzdem gewonnen. Ne. Doch, doch. Echt? Ja. Oh, Blacky ist verdächtig, Alter. Wenn wir alle gleichzeitig sterben, gewinnt der Traitor. Der Krabbel ist schon wieder im Finger, ne? Alter. Kubi, da war doch noch ein Sniper vorher noch. Ja, will ich nicht. Alter, Tisch. Mach den Tisch mal. Okay, mach du ihn weg. Wenn ich tot bin, ist es Kubi. Wenn ich tot bin, ist es Kubi. Ja, gut. Keine Dings gibt, ne? Ja, gut. Warte, wo ist die Sniper, Nico? Ja, oben. Boah, Alter, ernsthaft. Warte, ich zeig dir wo. Die Sniper gibt's nicht mehr, ich hab sie mitgenommen. Du zeigst mir wo. Ah, der Blacky, ne? Ne, Karl, dann will ich nicht. Ja, alle hortet. So, ich wechsle jetzt das Gebäude einfach mal. Woah, lagged. Woah. Boah, dann musst du in ein anderes Gebäude gehen als ich. Wieso bist du nur auf einmal wieder draußen, da hinten? Das finde ich aber gar nicht schnieke. Weil ich die, weil ich die Karte erforschen will. Ich will wissen, was da gibt. Achso, okay. Ja, ich such auch Diamanten. Ja, klar. Ich suche eh erst mal Rack, du weißt. Es tut mir leid, dass ich echt immer so Blacky verdächtige, ne? Aber er ist auch grad echt schon wieder irgendwie für mich einfach verdächtig drauf. Ich komm da nicht hoch. Wie kommt man da hoch? Wie kommt man da hoch? Das ist keine Ahnung, wann ich verdächtig bin und wann nicht. Ja, doch hab ich. Hatte ich vorhin nämlich auch. Da hab ich die Hatter gegeben, dann warst du Trader. Dann Pam. Wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, als ich das gesagt hatte, hatte ich noch nicht mal selber gewusst, dass ich Trader bin. Ah, okay. Aua. Acht Schaden gekriegt. Gibt's auch gar nicht. Niko Kallis. Oh Mann, jetzt sind schon wieder alle bei mir. Lauft halt mal in eine andere Richtung. Richtung! Ich hab den Tisch kaputt gemacht. Ich bin so satt, weil ich jedes Mal als Erster draufgehe in den letzten paar Runden. Kann man ne Couch mitnehmen? Kann man ne Couch mitnehmen? Eine Minute dreißig. Mhm. Ich geh jetzt wieder in das Haus zurück und ich bitte euch, dass ihr mir nicht folgt. Ich geh mit Becky mit. Ja, ich auch. Nein! Ich schieß auf euch. Dann schießen wir auf dich. Das ist mir egal, dann habt ihr verloren. Dann will mir nen Header geben. Gib mir keinen Header. Hör auf, den nachzulaufen. Schieß den ab, schieß Becky jetzt ab. Der ist Trader, ich sag's euch wieder. Okay. Uh, Granat! Kontrollier! Kontrollier erst! Und das ist genau der Punkt, warum ich verdammt nochmal nicht mit euch rumlaufen will, ihr Wichser. Wie soll ich das kontrollieren? Was bringt das? Kalle! Ja. Ich hab dich mit deinem Knife nicht getroffen, die wäre One-Hit. Oh Gott, Ubi, du bist ein Bastard. Ich hab fünfze Steben. Hä? Ach, Kalle war Traitor? Ja. Schau, das ist der Grund und jetzt merkt ihr das mal, weil ich hab das auch sonst schon noch nie gemocht, dass ich mit euch mitlaufe, weil ihr immer irgendwie mich abschießen wollt aus irgendeinem Grund. Und das pisst mich an! Du hast so ne komische Frisur. Egal, ob ich Traitor bin oder nicht, ob ich mich verdächtig verhalte oder nicht, ihr schießt immer zuerst auf mich und das pisst mich an! Ja klar, jetzt hab ich dich abgeschossen, ich war ja auch Traitor. Das ist mir scheißegal, ob du jetzt der Traitor warst in diesem Fall oder nicht, aber... Das ist doch meine Aufgabe. Die ganze Runde wurde wieder gegen mich Hetze gemacht. Das pisst mich an. Vorhin hab ich Kubi vorher getötet. Ja, du bist halt so... Du machst ne Traitor-Stimmung... Halt die Schnauze! Ich bin nicht so! Ich bin mal so und dann bin ich mal wieder so! Ja, und wenn du halt mal so bist, dann bist du halt Traitor-verdächtig. Ist doch mal so! Das ist Bullshit! Machst du das noch einmal? Ich knall dich wieder ab. Ich sag's dir, wenn du mich noch einmal auf die Art und Weise diskreditierst. Ich sag's dir! Kubi ist Traitor! Ich mag das nicht! Das ist Casino, glaub ich. Ich weiß es jetzt grad nicht auswendig. Kubi ist Traitor, ja, ist der Casino. Ich glaub, Lecky ist Traitor. Ich T-Berge grad'n Casino. Ich glaub, deine Mutter ist Traitor. Ich T-Berge grad'n Casino. Was, Nico? Bist du Traitor? Ja, volle Kanne. Mann. Ich bin der Traitor-nächste Traitor, den ich kenne. Ja, er hätte gesagt, meine Mutter ist Traitor, ne? Ripp, ripp. Und ich sag's dir, weh, wenn mein Rage nicht rausgeschnitten wird. Der bleibt sowas von drin. Der bleibt sowas von drin. Alter, ich sag's dir. Ich werd' richtig stinkig. Ich lass' dich, ich, 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 ich ban' dich vom Server. Wenn ich, wenn ich merke, dass du, dass du mich mit Rage hochlädst. Steh mal, ja, dann piepst dich alles raus, was du sagst. Das ist mir auch Willen, aber für jeden Fall lad' ich das hier hoch, ey. Dann mach' ich überall Lappen, 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 Lappen rein. Äh, es ist eh grad, es ist eh grad Preparing, also das kannst du locker noch rausschneiden. Kubi schießt auf mich, Kubi schießt auf mich! Ich will mir ein bisschen Poker. Ist das noch gar nicht losgegangen, hast du das gesagt? Ich werfe immer meine Waffe weg! Was? Als Nico gesagt hat, dass Kubi schießt, ist noch gar nicht losgegangen, ich bin's. Ah, okay. Gut. Ich sitze übrigens am Poker-Tisch, ne? Ich will auch. So, mal gucken, was man hier alles kaputt machen kann. Mal gucken, was man hier alles mitgehen lassen kann. Wer schießt? Er hat geschossen? Das auch nicht. Ich probier grad, was man hier kaputt machen kann. Ach, okay. Das auch nicht. Wie langweilig. Woher weißt du's? Ja, keine Ahnung. Ich sag's einfach nur so. Oh cool, das sind Klavier. Ich will Stimmung machen. Ich leg mich in mein süßes Bettchen. Was für ein Schlüssel? Blecky, bist du tot? Ja, gut. Kubi oder Nico? Ich bin sie. Dann ist es Kubi. Nein. Dann ist es Kubi. Wieso? Genau. Ja, klar. Mach schon wieder Stress, weißt du? Immer Kubi ist es. Gut, Kubi ist Kill on Sight. Ja, immer wenn Blecky ist, ist Kubi-Tschörner. Alter, ich hab Angst. Ich wollt grad schießen, ne? Wo ist Kubi? Ja, ich hab... Oh, da liegt Blecky. Okay. Er müsste jetzt, glaub ich, ähm, in sein Mikro ragen, weil er wieder als erster gestorben ist. Ja. Also er hat zumindest seine Maus auf dem Tisch gestangen, glaub ich. Da hab ich das ein bisschen gehört. Ach echt? Ah, okay. Okay. Ich weiß aber immer noch nicht, ob du das bist. Ob du vielleicht auch Traitor bist, Kalle. Nein, nein. Ich saß die ganze Zeit am Pokertisch. Wow! Man kann doch weiterlaufen. Da! Da ist er! Ja, kann ja... Ja, klar. Schieß halt auf mich, ne? Ja, Sigi. Kann sein, dass Niko jetzt auf mich schießt. Weil er zieht mich schon so an. Tschüss. Hä? Übrigens. Hä? Das Blecky ist weg? Ich glaub, er raged. Ist Blecky gegangen? Ja. Wer ist denn gegangen jetzt? Wer ist denn gegangen? Peppy bestimmt, oder? Ah, Peppy. Oh, wir sind nicht im Aufnahmen. Peppy war da! Ist noch so eine Sache, wir sind nicht im Aufnahmen. Hä? 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 Warum? Jetzt sind wir im Aufnahmen-Channel. Achso. Ja, Timo, hättest du wieder als erstes draufgegangen, bis auf der Standzeit allein. Ja, ich stand nicht. Oh, die Wand hier müssen fliehen. Ja, gell. Machen wir noch ein paar wenig Farbe hier so. Hier an die Decke. Was sieht das schön aus? Das heißt, ich bin bis jetzt noch nicht besonders zufrieden. Casino. Casino. Ich find die ganz in Ordnung. Yo, Karma ist 1.000. Yeah. Ich bin Karma, Alter. Ich bin so geil. Ich hab halt echt immer mal Ruckler, ne? Die muss ich auf jeden Fall nochmal beheben, bevor ich das nächste Mal aufnehme, weil das suckt halt echt. Die hab ich aber auch. Nicht immer, das ist komisch. Ich leg mich immer mal, ich leg mal wieder in mein Bettchen. Ein süßes. Manchmal hab ich halt 60 FPS und manchmal plötzlich nur noch 30. Dann ruckelt's. Manchmal hab ich Frames. Ich auch. Der Traitor has been selected. Uh, es gibt Abstellraum. Ah ja, für den Traitor noch ne Info, ne? Es gibt, ähm, es gibt einen, äh, Traitor Room. Wo? Ja, den muss man halt finden. Da steht dann, wenn man, wenn man neben dran ist, dann ist da so ne Faust oder sowas. Und dann kann man den öffnen. Das hab ich nämlich in dem einen Level da von vorhin. Äh, wie heißt das nochmal? Das war, ähm. Jaja. Das war richtig geil, wenn ich jetzt Blacky einfach zuhören würde, obwohl ich inno bin. Ähm. Ach, verdammt. Da, wo ich Kubi immer getötet hab. Ja gut, ob das so geil wär, ist halt die nächste Frage. Irgendwie so vorletztes Level war das. Da ist halt so ein Ding am Boden gewesen. Genau, das ist einer mit dem Zug. Oh, Niko ist bei mir. Ja, ich lauf auch hinter dir her gerade. Eki ist bei mir. Okay, okay. Also einer von uns vieren ist es. Wow. Wow. Oder Peppy ist es. Schöner. Ja, 100... Oh, lass den Piano mitnehmen. Den Piano? Man kann das gut... Der schießt, der schießt. Ach, okay. Ne, man kann sich nicht kaputt schießen. Ne, hat Becky auch schon probiert. Und das war dann sein Verhängnis halt, ne. Bumist Thrip Poker? Ja, komm lass machen. Oh yeah. Werf, werf, werf... Wenn ich tot bin ist es Niko. Wollte ich nochmal kurz... Wenn ich tot bin ist es Kubi. Ich werf alle meine Waffen auf den Pokertisch. Kann ich dir meine Knie schließen? Nein. Vertrauenssache, komm. doch ist ja auch nur in schluss in fuß ich gehe jetzt nach mit der pistol darfst du mir dann auch in den fuß mit der schrotz alles klar hier können wir spielen kommen kommt doch jetzt mal zum pokertisch ja wir sind bei dem pokertisch ist das poker oder ohne eine das ist deine mutter ist man kann die tipps weg schießen wo alle hinter dir hinter dir ich bin es auch gesagt alle eine paranoia hier lassen wir abprogramm jetzt okay dann gehen wir jetzt jetzt hätte jemand hat eine bombe gelegt im casino ja toll ja irgendwo beim pokertisch das kub seit kub seit ist bei mir es gab doch du warst beim dings also dort wo der raum rot wird der teppich rot und so weiter da habe ich eine bombe gehört ach so er ist doch gerade hochgegangen ist hochgegangen jetzt das war lucky weil ich war gerade auch draußen leben noch alle wissen dass wir den mal zeigen es gab da oder halt auch weg bist du dir sicher dass die bombe schon explodiert ist weil sonst gehe ich da nicht hin ich habe einen bruch gehört na gut warte mal der war da irgendwo roter teppich da musst du runter da ist der große pokertisch beim roten teppich geh da nicht hin nicole blacky ist der traitor ich bin nicht der traitor hast du es gesehen abgeknallt ja ich weiß gar nicht wo ist der richtige ist wer ist es kalle ist es ja doch halle halle ist es alter weggerotzt neuen leben aber ich wollte auch nicht wieder einfach so schießen ich will das nicht immer machen danke dass du es gesagt hast mit der bombe ja 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 das hat uns eigentlich gerettet das hat schon mal 80 prozent auf jeden also dann alle prozent auf kalle gedeutet habe ich weiß schon warum ich immer als erster sterbe weil ich der größte pro von euch allen bin ich muss immer aus dem weg geräumt werden damit ich nicht am schluss noch übrig bin weil du so viel blut hier lässt kein blut blut du bist kein pro und ttc in css vielleicht wo nicht vor kalle verspinnen meine wunde hier du saftest richtig krass ich mach kurze ansage und zwar wird das jetzt hier die letzte runde dich aufnehmen was denn ja weil ich sonst so viel schneidkram habe das ist ja nur ein video halt so ja ich nehme einfach mal alles auf was wir machen geil endlich mal eine shotgun das wird interessant hattest du vorher noch keine ja letzte runde hatte ich glaube ich keine ich bin bei kubi ich bin auf dem klo warte mal gibt's hier gibt's hier ein klo es gibt echt toiletten wenn blacky tot ist das cool wo wo sind die geh mal in den casinoraum und danach musst du hinterm bartisch wo ist so lange da laufen wie geil ja der funzt wo ist seid ihr hammergeil ich habe ich habe ich habe eine waffe ich war gerade im tresor unter den zwei shotguns tresor also was gibt es hier alles also ich bin auf dem scheißhaus gute info definitiv jetzt komme ich dir glaube ich gleich entgegen wem auch immer was ne doch nicht warum bitte ich soll kalken wenn er sagt hallo wo warte 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 war lass du mich ab ich muss nachladen die scheiß m16 meiste zum glück hab ich dich aus versehen ab ja was mir gar nicht so einfach so een om abgekackt ok war doch nicht weiter bin du spotten ok ja das war dann jetzt die letzte runde ziemlich schlecht gespielt aber wein und Und dann bedanke ich mich, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschau tschau. Ja bei mir gehts noch weiter, weil ich geil bin. Boah warte, Blacky, Blacky macht das so, guck. Mein ab. Ich setze, ich setze kurz, ach, das kann ich nicht mehr. Ich hatte auch jetzt mal Bock auf ne neue Map. Ich hoffe du hast genau bei der Lache aufgehört aufzunehmen. Ja, komm doch noch mit rein. Na Kubi, ich will nicht, wie oft du deinen Kopf schon verloren hast, ne. Wenn ich so auf dem abgedreht hab. Ah, jetzt hat jemand die Schrotze genommen, ne. Kalle natürlich. Es gibt mehrere. Wow, oh, Blacky, Trader, Blacky. Hab ich doch. Okay. Wow, hier war ich noch nie. Was haben wir hier? Trader. Ich bin schon wieder Trader. Ich bin wieder Trader. Nein, ich bin Trader. Nein, du nicht. Ich bin Trader. Boah, ihr seid auch alle Trader. Nein, ich bin Trader. Alter Kubi, ich bin Trader. Es kann nur einen Trader geben, ich muss nicht abknallen als Trader. Ich kiff mal ne Runde im Klo. So. Du hast nur die Rauche geschmissen beim... Ja. Ja, okay. Nett. Lol. Willst du dich hin, oder was? Ne, Kalle war Trader, hat er doch gesagt. Ja, ich hab doch gesagt, ich bin Trader. Du hast ihn einfach so getötet. Das war ne gute Runde. Und sie wend ich in der nächsten Map. So, Meiner. Meiner, gib her. Nein, ich geh jetzt hier hin. Ich will ihn haben. Es ist Meiner. Ich will ihn haben. Nein! Ich sterb gleich. Wie kann ich dich wohin hängen, Kalle? Mit Linksklick. An der Wand. Er ist wieder abgefallen. Ich darf da husten. Er ist wieder abgefallen. Der muss erst mal in die Schrift kommen. Du bist mega fit, dass er... Du hast Linksklick und dann hängt er. Also Kalle, ich muss dir schon sagen, das war richtig schlecht gerade eben. Ich hab doch gesagt, ich bin Trader. Und dann kommt er mich einfach los. Das war so lustig, also warum ist alles halt? Ihr wisst, dass ich das nicht mag, auch wenn's noch nicht losgegangen ist. An ehrlicher Trailer. Du walt mal an ehrlicher Trailer, sag auch mal. Nico, du weißt, dass ich das nicht leiden kann, auch wenn's noch nicht losgegangen ist. Warum Nico? Was denn? Nein, meine Schrotzen! Weil er auf mich schießt! Ich bin ein Trailer. Ich bin ein Trailer. Ich bin ein Trailer. Das regt mich halt auch. Wenn ich sterbe, es kann auch Unsicher sein, was du leiden kannst. Wenn ich gute Laune kann ich sowas echt vertragen, aber wenn ich schlechte Laune bin, dann wär's mal ganz nett, wenn man so ein bisschen Rücksicht nimmt, weißt. Alter, man sieht einen echt im Spiegel. Bist du auch Trailer? Ist voll cool der Spiegel. Bist du auch Trailer? Ja. Aber Kalle ist nicht da wirklich wieder Trailer. Nein, nein, lass das jetzt mal nicht wieder anfangen. Ich bin jetzt überhaupt kein Trailer. Okay, ich setz mich aufs Klo. Lass das mal nicht anfangen. Ich setz mich aufs Klo, ich muss kacken. Bist du nicht? Ich baller grad mein Spiegelbild ab. Vielleicht lege ich auch eine Bombe ins Klo mal sehen. Kann sein. Das ist nur eine Verschönerung. Hast du richtig einen Haar eingelegt, wa? Kann man das zerschießen? Ja. Okay. So. Immer noch zwei Runden. Ja, leck mich fett. Was? Wir haben doch eigentlich schon eine Folge gespielt. Dachte ich auch. Hast du jetzt doch einen Scheißhaufen? Was mich ein bisschen ärgert, dass der Aufzug nicht geht. Was mich ein bisschen ärgert, dass der Aufzug nicht geht. Wow, zwei Schrotzen hier. Was geht? Ja, sag ich doch. Das ist der Tresor. Mikko, Handy? Hast du Bock auf ein Handy? Tresor? Nee, hab ich nicht. Ich aber. Der Aufzug ist ein Tresor? Nein. Joa, läuft. Ö, was kann man da rein? Ey, alter. Jetzt kann ich dich so abknallen, ne? Man kann da rein. Ey, wenn ich gleich ein Handy kriege, ist es Niko. Ja, wenn ich gleich ein Handy kriege, ist es Kubi. Ich kriege gleich ein Handy, sag ich euch. Niko ist es. Ey, weh, du schwimmst mir hinterher. Das heißt natürlich auch, dass ich nur Skepta treffen kann, wenn ich jetzt... Das ist richtig. Oder euch beide, ne? Also, immer schön mitdenken. Ja, da ist nix. Das hört danach auf. Brauchst gar nicht hier rumzuschimmeln. Das ist unreal. Ey, er will ja mir den Weg abschneiden, gell? Geht gar nicht. Geh vor. Geh vor. Da ist Skepta. Ey, Kubi, warte mal kurz, warte mal kurz. Kann man den Wagen hier bewegen? Ich will eigentlich gar nicht vorgehen. Ich will weg von dir. Ganz ehrlich. Warum denk ich eigentlich immer daran an? Ne, lass mich in Ruhe. Ich will wissen, was du machst. Okay. Ne, kann man nicht bewegen. Nur weg sein von allen. Ja, gut, dann geh ich. Mein Gott. Gut, wunderbar. Wenn ich weg bin, werde ich wenigstens nicht abgeknallt, weißt? Ich habe Angst, bei den beiden zu sein. Ja, ach nee, das ist auch der Grund, warum ich nicht bei ihnen bin. Kubi hat geschossen. Kubi hat geschossen. Am meisten habe ich immer Angst vor dir, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe auf dem Power-Tisch geschossen und habe versucht, da alles irgendwie zu zerstören. Das geht halt. Also, ich bin jetzt draußen an der Fontäne. Also, an dem Brunnen, ne? Hä, bist du gar nicht? Doch. Doch, bin ich. Piss nicht. Äh, Kubi, was ist mit Nico? Nico? Der hat sich gerade gemuted irgendwie. Er lebt aber definitiv noch. Okay. Ich kann dir ein Screenshot schicken, dass ich hier noch bin. Nico, lebst du noch? Ich glaube, er lügt. Ich glaube, er ist es. Hm. Er hat sich doch gemutet, ohne Spaß. Ich bin es nicht. Ich lach von mir aus selbst. Warum hat er sich gemutet? Ich habe nichts davon gehört. Ihr liegt ne Leiche. Ich bin's aber nicht. Skeptor ist es. Skeptor ist es. Hä, warum ich? Warum ich? Ich bin der Unverdächtigste hier. Becky war draußen. Ich hab's gesehen. Ich war die ganze Zeit bei Plekki, als ihr rumgeschossen habt. Schnellt euch gegenseitig ab und ich nehme dann den, der noch übrig ist, falls der Traitor ist. So einfach. Die Sache ist, Blackie war draußen, von daher weiß ich nicht. Ich war bei Plekki. Ja, du kannst gut lügen, das weiß ich. Ich kann dir leider nicht trauen. Irgendwie. Wie gesagt, knallt euch einfach gegenseitig ab. Nein, ich knall euch beide jetzt ab. Skeptor ist bei mir. Ja, klar bin ich bei dir. Ich war auch anzufangen. Ihr sollt euch gegenseitig abknallen. Knallt ihr euch jetzt ab, sonst knallt ich euch beide ab und ich bin Inno. Ich bin der einzige, der garantiert Inno ist, deswegen müsst ihr euch gegenseitig abknallen. Ich bin auch Inno. Scheißegal, dann geh halt gegen den Traitor vor, wenn du weißt, dass er es ist. Ja, dann knall ich dich jetzt ab. Nicht mich. Warum mich? Skeptor ist es, ich weiß es. Da, siehst du? Fucks. Wo ist er denn? Alter, dieser Kalle, geht gar nicht. Mieseste Traitor ever. Ich könnte ja auch einfach noch eine Minute überleben, was? Zwei. Ah, okay. Hier rein. Bei mir stehen nämlich zwei. Ich will jetzt keine Tipps geben, aber so oder so, theoretisch kannst du kaum verlieren. Ja. Ob du nur in deine Minute dir aufsparst oder was auch immer. Kann allerdings tatsächlich sein, dass es noch länger dauert, so wie vorher gesagt wurde. Aber Kalle ist echt ein guter Traitor, Alter. Das gibt's einfach nicht. Ich hab viele Letzt Place geguckt, tut mir leid. Ja, du lügst hier rum und so voll glaubwürdig, als ob du übelst Piss schon wieder bist, weißt du? Ich weiß nicht, dass er euch reinlegt, aber mich legt er eigentlich kaum rein. Ich schon. Ich wusste halt, dass Becky draußen alleine war und alle bei Niko war. Schau, dass das das Schöne ist. Das machen wir jetzt immer so. Ich bin immer alleine irgendwo, damit ich gleich immer befreit bin und dann am Schluss noch übrig bin, um den Traitor zu killen. Hauptsache deine Regeln. Meine Regeln sind die besten Regeln, die funktionieren immer gut. Ja, für dich. Nee, für alle. Nein, für dich. Ja, für den Traitor in diesem Fall natürlich nicht. Wenn du jetzt noch weitermachst, dann klappere ich doch noch. Du hast halt ne Schrotze, ey. Du wohl nicht? Ich halt nicht, ne. Das ist das Problem. Ja, wow. Kubi, was steht jetzt Zeit bei dir? Das interessiert mich. Gar nichts mehr. Aura Time. Okay. Bei mir steht noch eine Minute. Dann läuft das tatsächlich so. Ja, siehste. Hauptsache du bist Profi in TTT, ne? Deine Mom bis jetzt hat halt noch keine Runde so lange gedauert. Na, trotzdem weiß ich das. Ja, ist schön, dass du das weißt. Ist voll uninteressant auch. Oh, ist ja wirklich der Traitor-Raum. Ich will da jetzt mal reingucken, also es wäre eh klar, dass du gewinnst. Ich hab noch zwölf Leben. Genau das war's, worum es ging. Schau, aber nee, ganz ehrlich, ist doch ne gute Idee. Einer bleibt immer abgespalten von der Gruppe und, äh, ich würde das gerne machen, weil, na, ich bin eh immer angepisst, wenn ich als Erster draufgehe. Insofern, hm, bleib ich einfach weg und dann bin ich immer direkt befreit von, äh, von allen Verdachten. Oh, das wär's. Ich kann mich von ihm einfach meine Position durch, ne? Nice one, nice one, Kubi. Boah, und Black hier aufzureden, wenn du tot bist, ernsthaft? Boah, bullshit mich nicht, er wusste schon ewig lang, dass ich tot bin. Natürlich rede ich da weiter. Ist doch egal. Bei mir musst du auch anders gucken. Nee, ist nicht egal. Mhm. Natürlich. Ist nicht egal. Die Standard-TT-Regeln ist das, wenn man tot ist, die Fresse hält. Was eigentlich normal ist, wenn man tot ist. Stimmt allerdings. Tja, dann schaut ihr eben andere Let's Player als ich. Das ist mir auch völlig egal, was ihr glaubt, dass die Standardregeln sind. Das ist ganz normal, wenn du online spielst, TTT, dann ist das so. Ja, das stimmt allerdings. Das ist dann wirklich Standard. Ist mir so egal. Das ist aber auch wirklich besser. Ich spiel nicht online TTT, darum hab ich mir meinen eigenen Server gebastelt. Okay? Ist aber besser nicht zu reden. Ja. Versaut die Stimmung. Versaut die aggressive Stimmung. Versaut die aggressive Stimmung. Okay. Er hat grad seine Waffe runtergeworfen. Ja, ich. Der Parry hängt grad bei mir auf. Ich wollt sie an den Kopf werfen. I am traitor. Ich auch. Naja, das soll was heißen bei Kalle. Ne, Kubi, sowas machen wir nicht nochmal. Ich vertrau ihm nicht. Ne, machen wir echt nicht nochmal. Kalle. Ich bin Inno, aber ich geh in der Runde jetzt mal pissen. Also, weißt ja auch darauf hin, dass ich Inno bin eigentlich, wenn ich jetzt pissen gehe. Ja, ne. Einen Handdrang wünsche ich dir. Ich schieße auf Lachen, keine Angst. Ich wünsche dir irgendeine... Wer war da grad? Wer war da grad? Wahrscheinlich ich. Weil ich hab nicht gehört, ja. Weil ich bin... Wenn man auf die Chips hier schießt, dann kriegen die übelst weg. Du kannst die auch mitnehmen, ne? Bin kurz weg. Ja, die Chips, ja. Das stimmt. Vor allem die einfach alle so als Klumpen, ne? Ah, hier steht Kubi. Töten mal nicht, ne? Denn ich bin... Das wäre aber auch fies, wenn du ihn jetzt töten würdest, ne? Detektiv. Bin Detektiv. Ist der das hinter der Bar? Ja. Ah, okay. Ja, ich... Ich verpasse ihn mal im Disco. Wenn er tot ist, weiß ich, was los ist, ne? Ich hatte mir vorgenommen, die Runde nix zu sagen, aber da ich höre, dass ne Bombe liegt, bleibt mir wohl keine andere Wahl. Ich hab gesehen, wie er Kubi umgebracht hat. Deine Mutter hat irgendwas gesehen. Ich geh auf jeden Fall jetzt wieder raus. Ich habe gesehen, wie er Kubi umgebracht hat. Jetzt sag doch nichts mehr, was soll denn das? Alter schon. Weil du ihn erschossen hast. Mhm. Fucking, wenn ich nur gerade wieder wüsste, wo der scheiße Ausgang ist. Ah, Glück gehabt, die Bombe ist explodiert, ich bin nicht erwischt worden. Das gefällt mir. Weißt du, wahrscheinlich werde ich jetzt wieder geflamed, dass ich, äh, wenn ich tot bin, rede. Aber Hauptsache, ich war wieder verantwortlich, dass Kubi gestorben ist, obwohl ich gesagt habe, ich habe gesehen, wie Nico ihn getötet hat. Bist du nicht verantwortlich? Ja, aber Legi meinte, bis ich tot war noch, dass ich Treader bin und dass ich Kubi umgebracht habe. Hab ich nicht gesagt. Hab ich auch nicht gemeint. Fuck! Nice one, gut geschossen. Nochmal ne Bombe legen geht nicht Natürlich geht es, kannst dir zwei kaufen Nicht gegen mich Klar geht das Ich hab's ja gelegt und gearmt und dann warst du da Ich sag ja, es geht nicht gegen mich Wie oft soll ich das jetzt noch sagen? War ne gute Runde von mir, außer dass ich halt Kubi gekillt hab als er weg war Das war ne Top-Runde Aber Alter, Kalle, ich hab mich so geil gekillt Endlich mal ne Map, von der ich was weiß Aber du hast, du hast zu spät gekillt Was hab ich gemacht? Du hast Kubi zu spät gekillt Sooo, was liegt hier? Ja, ich bin dann vorbeigelaufen, aber nur um damit Da stand ich schon wieder Bullshit-Granate Die Map kenne ich nicht Hast du da gerade die Shotgun ausgesammelt? Nee Schade aber auch Leute, bei mir steht schon Preparing, es passiert nichts Kann man pflanzen mit So, lass mal gucken Was es hier so gibt Oh cool, es regnet im Pool Es regnet im Pool Oh, die Map ist voll realistisch Ihr müsst euch mal das Map-Ende angucken Kann man da runterfallen? Nee, kann man nicht Glaube schon Nee, kann man nicht Gut, dann müssen wir uns den Top-Garn Juhu, Leute, Blecki schwimmt bei mir hier oben rum Äh, ich bin schon lange aus dem Wasser raus Ich weiß, du schwimmst aber immer noch Ja, du schwimmst Okay Du schwimmst immer noch nicht Alter, wie... Das ist wie so ein Geist, der hier einfach schwimmt Ja, Mann Nein Blecki Diko, merkst du Nicht schon wieder Ich mach als Headshot-Style Wuhu Die erschwimmt, Alter Endlich mal ne Runde, Mann Die erschwimmt einfach immer noch Nee, jetzt nicht mehr Jetzt nicht mehr Blecki, wie viel Schaden hab ich dir gemacht? Oh, ich hab noch 31 Sieht so geil aus, wie er hier geschworen ist Ja, ich bin wieder am Schwimmen Du bist jetzt der Treibleiche Warte mal, vielleicht krieg ich noch einen rein Ja, das ist wie alle, 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 alle Oh, am Springbrett So, jetzt könnt ihr alle bei den Fischen schwimmen Kannst du mit dem Magnetus den reinwerfen Alter, das hab ich alle in den Pool gekriegt, gerade rechtzeitig Der Hammer Ich geh auf die Frauentoilette Ist hier nur den Pool, oder wie? Hm? Nö, es gibt die Klos, äh, beziehungsweise duschen hier Also vor dem Pool, ne? Und dann gibt's diesen Eingangsbereich Also die Frauentoilette ist jetzt richtig gut gemacht Es ist eine Smoke drinne und eine Incendi-Granade So soll's sein Dann gibt's da was, was aussieht wie ein Security-Raum Keine Angst, was du? Oh, doch, da kann man rein, wie geil Oh, ja Oh, nee, nee Ich häng jetzt an Kalle dran Wenn ich sterb, ist Kalle es Ja Wuh, das war knapp Okay, es gibt auch einen Untergrund Wenn man durch den Security-Raum geht und so Ziemlich cool Echt, nice Ich hätt' dich ausgesperrt Ich sag' ja, die Map ist gut Ich sag' ja, die Map ist gut Jemand, das Spielzeug geklaut hat Nur finde ich die ganze Räume nicht Ich bin immer noch mit Kalle unterwegs Du musst zum Pool, da gibt's den Security-Raum Du musst den Security lesen Und dort musst du durchgehen Okay, Nico, du sagst so aus, dass du mit mir unterwegs bist Ich glaub' du bist, eh noch Aber ich würde da nicht runtergehen, weil ich da unten bin Warte, ich hab' das Kugel schießt auf mich Wie er mich an... Oh, 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 das hat... Kugel hat auf mich geschossen Komm rein, komm rein, ich hab' das Combo Kugel hat auf mich geschossen Ich bin im Security-Raum Ich hab' noch einen Smoke What the fuck? Äh, geht die nicht hoch? Doch Alter, wie lange die geraucht hat Ja, man Hast du dich das Abend so holstered Was hab' ich? Geholstert Was, was, was? Nur die, äh, keine Waffe rausgeholt Wann ist jetzt einer endlich QB tot? Ja, ich seh' den nicht Ey, ist der Trailer? Ja klar, ich hab' jetzt schon dreimal gesagt, dass er auf mich geschossen hat Hab' ich noch gar nicht mitgekommen Mir hast du zweimal gesagt Ich hab' zweimal gehört, dass du gesagt hast, dass du auf mich geschossen hast Mir wurscht Dann hast du's auch einmal nicht gefehlt Kalle, Kalle, Kalle Ah, es ist immer noch da! Was, was ist das für eine Kanada? Das ist ein Disco Jetzt kann man stehen bleiben Ich feiere den Disco so megameißig Okay, Kalle, wir machen uns andersrum Ich lauf', ich lauf' in die Richtung Alles klärchen, Pärchen Gibt's hier nen Sniper? Uiuiuiui, da ist, da ist einer in der Mitte, ist einer Kalle hinter dir Alter, das lag grad megamäßig, ja, ich kann nix machen Loll, ja, ich kann nix machen, ich hab' einen Frame Boah, warum hab' ich das manchmal? Hey, Glitches, Titan! Glitches, Titan! Du bist da in diesen Automaten, in den Soda-Automaten reingeglitcht Ich hab' dich nicht gesehen Ja gut, Nico, dann töte mich halt Ich kann grad nix machen Ich kann, ich hab grad drei Frames Weiß nicht, was abgeht Ich hab mich übelst gewundert, wenn ich stehst Lustig rum ist, irgendwie Jetzt gehst du Jetzt stehst du wieder Keine Ahnung, was du machst Dann zünde ich mich an Jetzt geht's wieder, jetzt geht's wieder Jetzt hab' ich da Jetzt hab' ich da, jetzt hab' ich da stabiler Frames Ja, was manchmal abgeht So Ja, geil Gewonnen Ja, Blacky, ähm Danke fürs Sagen, ne? Gut gemacht Ich geh schwimmen Ja, kein Ding Aber Blacky, das war auch mega Lack, ne? Dass ich grad' da rauskam, als du hochkommst Warum liegt unten im Schwimmbad eigentlich Ja, ich hab' mir gedacht, du wärst schon längst wieder weg Ich hab' echt nicht gedacht, dass du so lange da bleibst Nee, ich hab's auch zu viel gelegt Warum seid ihr nicht zu uns gekommen? Ich hab' die ganze Zeit gesagt, äh, im Security-Raum Ich weiß gar nicht, ob ihr den Raum kennt Ach, der Security-Raum ist Ich hab' doch gesagt, wo der Security-Raum ist Ich hab' doch gesagt, wo der Security-Raum ist Das, glaub' doch, das hier ist ein Raum Ja, das weiß ich jetzt auch Ich hab' dich rauslaufen sehen Okay, nice Aber ich stink richtig hart nach Kacke Der ist ja auch in der Nähe vom Klo, insofern Ja, Mann Achso, ja, genau Achso, geil In den Toiletten hängen so viele, ähm Dinger rum Äh, wie heißen die? Granaten Teil da, Granaten, ja Okay Kubi ist bei mir Ja, ich bin im Frauenklo Verständlich, oder? Ich möchte mal wissen, wo der Shit-Type all hinführt Äh Oh, wow Dann danach die Map Dolz Also, Puppen, ne? Hä, was für ne Map? Dolz Dolz Ah, ja, die ist cool Die ist extrem cool Kenn ich nicht, aber hört sich, äh, bisschen horrormäßig an Ne, kein Stück Die ist voll süß, die Map Okay, ich hätt' auch mega Bock wieder auf das Kinderzimmer Das ist meine Lieblings-Map Kinderzimmer-Dolz Ich hab' noch nie im Kinderzimmer getrockt Achso Ja, das ist voll geil Aber es ist halt Tja, Nico Angearscht War ich hinter dir, wa? Schade, wa? Aber nice Aber ich hab Blacky Ich hab Blacky Richtig geilen Header gegeben Ja, ich hab's aber mega gesehen Ja, du hast wieder mich als erstes gekillt, das ist schön Du warst ja auch der Erste, weißt du, du wärst hingelaufen wärst eh verreckt, weil da ne C4 lag Du brauchst sich nicht ein Schuldigen, Nico Das ist das Spiel Ja, natürlich braucht er sich nicht ein Schuldigen Ich mag's bloß nicht, dass ich in letzter Zeit immer der Erste bin, der überhaupt nicht Ich kann Leute nicht hinhängen Ich kann Leute nicht hinhängen Was steht dann da? Ich kann Leute nicht hinhängen, das ist doch scheiße Ich kann Leute nicht hinhängen, das ist doch scheiße Und dann steht irgendwann so ne Schrift da, mit jetzt links klicken und dann hängen die Ne Doch Geht bei mir nicht Ah shit, wir sind draußen Ah Ja Ah, wieder ein paar Puffen Voll geil Wie sie alle da rein rennen All the Securities Die M16 ist auch All the single ladies All the single ladies Shweep 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 All the single ladies Shweep Das ist Ravis erst, was du schweepst Der Sound ist voll cool, oder? Hast du schon alle Granaten genommen? Ja Hier ist ein Disco, hier ist ein Disco Ah Alter, verschränkt mich nicht Ah shit, jetzt bin ich wieder bei euch im Raum und die Runde ist schon los Ah, da wirft jemand Granaten Nein, Disco Disco sind doch keine Granate Da brennt eine Einer hat hier ne Brandgranate geschmissen vor dem Security Tür Ja, das war ich vor dem Faring Teil Ach, da spürt einer Ach, da spürt einer Alter, das sieht so schein Alter, Blacky Ne Wow, 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 wow Ich geh drauf Ich sag ja vor dem Security Raum brennt's Oder auch nicht Wie kann man Leitern runtergehen? Wie kann man Leitern runtergehen? So lange dran rumwobbeln, bis man fixiert ist Das ist saugeil in den Keller Hier liegt es saufig zum Explodieren Ja, das habe ich auch gerade eben schon gemacht, Kubi Alter, einfach alles zerwollert Ich kann nicht tot über die Raum nicht schreien Hi Kubi Ich bin mal Kubi Wenn ich tot bin, ist es Nico Alter Ich bin da unten Treppe runtergegangen, ich hab voll Schiss Und dann kommst du ballerst das Ding ab Yo Ja, ne Granate ist hier Vor allem weil ich runtergefallen bin Lass rauchen gehen Ah, hier kannst du ja auch in die Kisten glitschen Das ist natürlich assi Es tut mir auch leid, dass ich mal geglitscht bin Aber Lass rauchen gehen Hab ich eigentlich nicht mitgekriegt Hat jemand Lust mit mir, äh Vom Sprungrad zu springen? Ja, das machen Hier unten ist glaube ich ein Traitor-Tester Leko, komm mal her, geh mal rein Ja, grad zurückgehen Ah ja, auf der Karte gibt's einen Traitor-Tester Zeig mal, wo? Unten im Keller mit Ah ja Wo Geh rein Alter Einer wie er hinter der Tür stand, ne? Man kann nicht sicher genug sein, geh da rein Du darfst natürlich nicht drauf drücken Hä? Geht die Tür nochmal Hier ist noch jeder am Leben Ja Geh rein, Nico Geh ich da rein, da ist doch Kann man nicht reingehen Lauf rein, ich mach dann zu Ach jetzt, jetzt Geh Geh da rein Ne, geh du vorher rein Ich knall dich sonst ab, geh da rein Ne, ich knall dich sonst ab, geh da rein Wo ist der Traitor-Tester? Wo ist der Traitor-Tester? Wo ist der Traitor-Tester? Ich will nicht, dass einer von euch stirbt Außer der Traitor Der ist unten im Keller Skeptor Okay, warte, ich lass dich raus Äh, geh doch rauf! Okay Lass mal hier chillen Der Nervenkitzelt zwischendurch Der war keine die wieder zu, da bist du Die Dubstep-Tür Warte mal, lass doch erstmal durch uns, Alter Wenn du uns jetzt den Header gibst, ne Lass da Nico, Alter Du Spacken Ich hätte dich fast vor allem schon abgeknallt, weil du da nicht reingehen wolltest Warte, ich halt ausschaue Ah, ich hab wieder nur drei Frames Frames Ah, jetzt geht's wieder Mich interessiert, ob man hier durchschießen kann, duck dich mal bitte Ich will dich nicht abknallen Wird gern mal wissen, wo ihr seid Okay, ne, anscheinlich Tief in deinem Arsch noch Im Keller Da komm ich nämlich irgendwie nicht rein Spring einfach runter Ne, ich komm da nicht rein, ich mein in den Security-Raum Achso, hä? Tür geht nicht auf Nico, wir können hier auch chillen, ne? Weil Traitor Ja, lass doch mal hier chillen Ne, ich war auch als Traitor drin, hab doch dreckige killen Achso, kann da nicht rein Tür geht bei mir nicht auf Nico, bleib unten Kann auch sein, dass er lügt Oder einfach da oben steht Der steht da vorne Der steht da vorne Siehst du? Ja, ich hab die Waffe gesehen Haha, nice run Warte Ich versuch mal was hochzuschmeißen Erstmal einen Test Okay, das ist eine Waffe für die Decke Es ist nur eine Smoke, deswegen Test Ah, okay Hörst du vor die Decke? Alter, der muss runterkommen Ja, geht leider nicht anders Du musst leider runterkommen Warte Kubik, geh du mal in den Tester rein Wo bist du? Dekki ist tot Ja und? Ich bitte dich Ja und? Alter, also hätte ich dich schon längst wegnetzen können Also... Was, wenn ich jetzt sagen würde, ich vertraue dir nicht Okay, ich geh von mir aus in den Tester Ja ne, warte, okay mach mal Ich hab mir ne Rifle geholt, ne? Kann er mit Spannung Verlust Kann auch sein, dass hier zu viel liegt Also ich geh mal ein bisschen weiter nach hinten vielleicht Oh, stimmt brennt irgendwas das ist unfassbar ich hätte wirklich gedacht dass das euch erwischt weil ihr euch so dumm angestellt habt ja man braucht irgendwie immer erst ein bisschen um dran zu denken hat der nico was denn gerade eben ging die tür wieder auf und es geht sie wieder nicht auf muss ich wohl noch mal zu verkaufen ach ja schnell ist da nicht die richtige zeit die wir sehen ich vergaß warte pass auf ich komme nicht hoch ja ich krieg die tür nicht auf tut mir leid drück eh aber ich hab doch vorhin nicht gedrückt ich hab doch vorhin nicht gedrückt manche türen gehen anscheinend von alleine auf andere nicht habe ich so auch festgestellt ja ich drücke hier immer du kannst die türen übrigens auch aufmachen wenn du tot bist glaube ich ich hab mal so ein teil wo man das macht echt jetzt ja man kann so Sachen bewegen wenn man tot ist oder so nö geht nicht auf wie wie mach ich das mit dem bewegen sag schnell ich weiß es nicht aber ich hab's mal gesehen ja ich hab's auch mal gesehen aber ich möchte trotzdem gerne wissen wie man es macht ich weiß es nicht tut beleid ich so lange spiele ich noch kein ttt kein trouble in scepter wenn du so viel auf deine künste hältst dann sag mal wie man das macht wenn man wenn man wenn man tot ist dass man sachen bewegt als geist keine ahnung der hat sich die er sich gefragt wie er die tür aufmachen kann hat keine ahnung über das spiel spielt das weiß ich auch aber ja ich hab ne granate ich möchte ihn ich möchte ihn halt in verlegenheit bringen weißt ich bin wieder umzingeln von zwei seiten hier es gäbe das bei mir weißt du was ich der beste von uns bin auf immer und ewig ding werde ich dich jetzt auch töten böser böser junge das ist so unfreundlich von dir wenn ich tot bin ist es keine ahnung mehr der trader wird sich jetzt freuen dass ich blackie töte was warum das denn noch warum tötest du ey kalle wieso tötest du blackie alle zum trader tester blackie oh ja leck blackie ja ja ich bin schon noch da keine angst ich kann nix machen du kannst einfach runter springen da ist was er ne ok wo ist der tester durch die tür dahinten wo ist der dort wo die beiden vorher waren im keller unten du musst da rein und dann runter und dann in einen der beiden räume ich glaube es gehen sogar beide ich weiß es jetzt nicht auswendig wenn ich sterbe scooby ich bin grad im tester ich geh dann nach dir rein kann man ein glas kaputt machen also kann man den tester auch täuschen als trader gibt es da irgendwas bei jedem zweiten tester in jeder zweiten karte gibt es irgendeinen trick das darfst du dir merken aber ich weiß nicht ob es in der karte geht zum beispiel ich weiß nicht ob es in der karte geht ok karte dann chillen wir wieder hier unten wie mit nico das ist eigentlich ganz gut ne lass nicht machen wir können auch rumrennen ja aber treppe bewachen oder so da wir schon auf jeden fall also ich bin auf dem frauenklo wir wissen doch dass einer von den beiden jetzt ist wow nico ist es er hat die bombe gelegt ok ok scheiße alle noch am leben voll da eben gezogen da und so muss eine erfolgreiche runde laufen aber nicht für mich ja nicht für den trader da liegt die bombe seht ihr ist übrigens der zweite noch da ne ich hab zwei bomben gelegt das zwei bomben gelegt stimmt ich hatte auch noch eine zweite gesehen aber ich weiß nicht wo die gerade ist der zweite war hier bei der treppe nach unten ist der explodiert oder ne ne ich glaub noch nicht schade stirb ich verkack meine runden ja als 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 treiter immer ach nicht halb so schlimm wie ich ich suche ganz eine shotgun dabei habe ich schon eine im inventar es gibt drei orte an denen man gut eine finden kann um den pool herum im frauenklo hast du schon einen wunderbar danke sehr nett inno bin gerade bei skepter wollte man nicht mehr sagen inno inno ach ihr konntet schon sagen das ist mir sowas von egal aber ich sag's halt nie ne man kann auch inno sagen wo ein traitor ist ja logisch oh jemand schießt und da ist irgendwas gebrannt man kann die decke nicht kaputt schießen also skepter hat gerade nicht geschossen wer hat geschossen ne ich habe gegen decke geschossen man kann die decke faktisch nicht kaputt schießen wow kalle ist es heavy ich bin's ich bin's ich bin's nicht ich bin's nicht ich bin's nicht was hat er richtig in der panik gesagt dann ist es ihm wieder nico oder ok ok wer war das da oben wer war das da oben ok ihr seid beide tot ne f**kt euch Pfff Warum ich da nicht hoch? Das war C4 Meine Güte, wenn wir beide wussten, dass er der Trader war, warum bist du nicht einfach gegangen und hast ihn abgeknallt? Weil das C4 da oben lag Ja, nee, aber denk doch mal nach, wenn wir es beide wussten, dann ist er doch schwer verwundet Ja, trotzdem, wenn ich da jetzt hochgehe, in dem Moment das C4 hochgeht, dann machst du es auch Gut, gut Ich habe das C4 genau oben an die Treppe gelegt Das heißt deswegen Aber das tötet einen nicht Das tötet einen